Die Läuterrast ist zu Ende. Wir beginnen mit dem Abläutern. Sie öffnen vorsichtig den Ablaufhahn und lassen die Trubwürze in ein Glas gießen, so lange, bis die Würze klar erscheint. Jedes Mal, wenn die Würze noch drüber ist, gießen Sie sie zurück. Die klare Flüssigkeit lassen Sie in den Würzebehälter fließen, verschließen Sie dabei den Ablaufhahn nicht.